Henry und ich werden einfach in diesem Video zu zwei Scooter-Tricks machen. Wir machen das ganz easy und zwar, ich versuche einen Trick und Henry versucht mit seiner Hand oder mit seinem Fuß, egal wie, mein Deck zum Beispiel zu berühren, wie zum Beispiel Fingerhut, was wir auch gleich machen werden. Ich will euch zu viel erklären, es macht am meisten Sinn, wenn ich es euch gleich zeige mit Henry zusammen. Schreibt natürlich erst einen Link in der Videobeschreibung, erfüllen den Online-Kuss, füllen euch vielleicht alles drum und dran, aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal straight an mit einem Fingerhut. Klingt gut, klingt gut, Fingerhut. Wir machen einfach mal kurz eine Trockenübung, damit ihr ungefähr wisst, was ich meine. Ich springe vom Roller ab, Henry steht neben der Rampe, ich mach ihn hier und du musst mit der Hand dann einfach gegen Shepard. Das ist der erste Trick, den wir machen. Wir haben noch ein paar Tricks vorbereitet, aber wir gucken einfach mal, ob das funktioniert. Wollen wir mal einfach erstens zwei versuchen? Ich würde sagen, let's go. Wir machen das. Ich habe auch so flexen Tail Whip einfach gemacht, aber wir machen nochmal, ich glaube, der geht easy, oder? Ich glaube schon. Und wenn der halt so easy ist, dann machen wir entweder Double Finger Whip oder halt vielleicht sogar Whip Finger Whip. Ja, ich glaube, Double Finger mit Henry wird, glaube ich, echt ekel sein, da reinzufassen, aber wir gucken einfach mal. Das war ganz knapp in meiner Hand, ganz knapp. Digga, du wirst ein bisschen chill, ich glaube, du musst da eine Schuhe dafür anziehen, damit es nicht so weh tut, aber ich habe das Gefühl, du musst, glaube ich, noch näher zur Rampe hin. Ja, ich glaube auch. Und dann kriegen wir das, glaube ich, hin, weil, Digga, alle guten Dinge sind drei. Ich denke auch. Im PCB. Ah, ja, ey. Okay, also der erste Finger, aber geschafft. Das Ding ist, ich muss den, glaube ich, auch noch machen, oder? Natürlich musst du den auch noch machen. Ich möchte auch mal wissen, wie das ist, weil ich glaube, das ist richtig, richtig komisch, damit es irgendwie reinzufassen. Ich habe schon vorhin gesagt, Henry, wenn der easy ist, versuch es einfach mal Double Finger Whip. Also ich habe das Gefühl, es geht, es geht wirklich, glaube ich. Wir müssen es einfach jetzt bei dir machen und danach versuchen wir einfach mal Double Finger Whip und ihr schreibt mal in den Kommentaren, ob ihr es auch schon gemacht habt. Wenn nicht, macht es unbedingt, weil es komplett bezieht. Ey, ich glaube ehrlich, Double Finger Whip ist drin. Nächster ist 100 Pro. 100 Pro? Ich glaube auch. Jetzt einfach passend, weil die Rels ist sogar geflogen, Alter. Ey, wollen wir mal nochmal machen über die Rels? Ja, komplett. Lass es machen. Ich dachte, ich bin komplett unter seinem Roller gewesen mit dem ganzen Arme, ey. Krass, nice. Ey, aber glaubst du, Double Finger Whip ist möglich? Ich glaube schon. Wollen wir mal versuchen? Ich mache als erstes Double Finger Whip, also beziehungsweise bin ich auf dem Roller. Ja. Du drückst einfach von mir drauf und ich glaube, ich mache einfach direkt über die Box. Also, Henry, ich glaube, wenn wir das wirklich richtig durchziehen und du einmal perfekt hinten kickst, glaube ich, würde das sogar ein First Crying. Kann ich auch vorstellen, ja. Einmal richtig gegenkicken und dann mit dem Lenker einfach weiter rummachen. Ich glaube, das ist möglich. Deswegen, sind wir einfach durch, Faust drauf, Double Finger Whip. Mal gucken. Oh mein Gott, wirklich First Try. Ich habe mich auch perfekt gekickt mit meinem Fuß, Schuh, Hand, keine Ahnung. Das hätte ich nicht gedacht. Der war zwar nur sketchy, wirklich komplett sketchy. Aber das Ding ist halt, ich habe nicht mal vorher einen Double Finger Whip gemacht, ne? Weißt du, also seitdem ich mich verletzt habe, habe ich noch einen Double Finger Whip gemacht. Ehrlich, aber dann so, ist doch geil. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Jetzt bist du dran, ich hoffe, das wird auch First Try. Aber ich glaube, wenn man einmal wirklich perfekt gegenkommt, sollte der klappen. Das war 100 pro, nur meine Schuld. Ich habe viel zu weit vorne am Deck gefasst. Digga, hast du gemerkt, wie weit vorne ich am Deck war? Ich habe es gemerkt. Alter, aber ey, komm, nächster ist, Faust drauf. Wir kriegen das jetzt hin. Ey, ich muss da so doll immer gegendrücken. Ich habe wirklich das Gefühl, er fliegt auf meinen Arm, Digga, der war so gut angefühlt. Sehr nice. Alter, jetzt, nächster Trick. Jetzt wird es wirklich, wirklich schwer. Weil ich habe mir überlegt, Digga, was könnte man halt noch betrinkt machen. Hättest du eine Idee? Natürlich. Habe ich auch erst überlegt, was man damit machen kann. Aber wir versuchen mal einen Kickliss erst mal. Oh, gut, das ist. Ich glaube, Kickliss ist besser. Und Heal Rewind habe ich auch schon überlegt. Aber ich glaube, Heal Rewind wird schwerer. Deswegen machen wir erst mal Kickliss. Wenn das gut klappt, Digga, Kickliss Whip und so, oder? Ja, ich denke auch. Das ist komplett ungewohnt, Henry. Weil wir müssen jetzt auf der anderen Hand, beziehungsweise anderen Seite einfach. Weil du musst einen Heal Whip anfangen und nicht einen normalen Tail Whip. Das heißt, du bist jetzt auf die rechte Seite und dann mit deiner linken Hand, oder? Ich weiß nicht, mit welcher Hand du das machen möchtest, aber wir versuchen es einfach mal so, wie es halt am simpelsten und einfachsten ist. Aber ich glaube, Kickliss, wenn du einmal richtig gegen kickst, sollte das klappen. Ich denke auch. Erster Try. Ich habe ein sehr gutes Gefühl, was dabei ist. Nein! Das war 100% meine Schuld. Ich habe den Roller viel zu weit nach vorne fliegen lassen. Jetzt habe ich aber den Trick raus. Das war schon sehr gut, Alter. Hat sich schon viel besser angehört. Aber Henry, du weißt ja, wie das Sprichwort ist, oder? Alle guten Dinge sind drei. Alle guten Dinge sind drei. Wir kriegen es hin. Wow. Sehr gut. Es ist einfach wie ein Fluch, ne? Alle guten Dinge sind immer drei, Digga. Der war richtig perfekt. Jetzt Henry ist dran. Er muss einen Kickliss machen. Ich glaube, für mich würde es auch ungewohnt sein, weil ich es noch nie so gemacht habe. Aber ich glaube, der sollte klappen und vielleicht klappt es sogar einen Kickliss Whip. Erster Versuch von Henry. Mal schauen. Das ist so ungewohnt, so. Das komische ist, weil man nie weiß, wann endlich der Kick kommt für den Kickliss. Es ist wie, als würdest du einen Late Kickliss machen. Nur du kannst nicht bestimmen, wie dolle du diesen Heel Whip drehen kannst. Das ist so unerhaftig, aber nächster Versuch. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Ich glaube, es war so knapp, dass du mir ins Gesicht getreten hast. Ehrlich? Oh, man, nein. Ey, wir haben es geschafft. Wir sehen uns geile an, oder? Wir sehen uns geile an. Okay, nächster Trick wollen wir einfach mal versuchen. Den nächsten Trick, den wir versuchen, ist einfach einen Whip Rewind oder Heel Rewind. Ich weiß gar nicht, wie wir es am besten machen sollen, ob wir... Ich glaube, eher mit einem Whip Rewind, oder? Ich weiß nicht. Weil der Whip kommt ja, wenn du so stehst, so wie jetzt gerade eben, da kommt der Whip theoretisch so zu dir. Sollte klappen. Also, ich will versuchen es selber machen. Wir haben jetzt eine Technik herausgefunden, wie wir es machen. Ich habe es komplett falsch eingeschätzt. Ich glaube, er ist sogar wirklich easy möglich. Ich zeige euch mal ganz genau, wie. Du warst erst so ein Heel Whip und dann ab der Hälfte, zack. Es soll sich klappen. Es soll sich klappen, oder? Denk auch, ja. Wir machen es, beziehen es durch. Okay, das geht, das geht. Es geht, es geht 100%. So, aber ich muss den Lenker nochmal ein bisschen mehr einreden, dass ich den Rebound besser hinbekomme. Aber ey, der hat sich gut angefühlt. Oh, 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 fuck. Alter, der ist so gut, ne? Nächster ist. Alter. Ich habe mir fast in die Presse gekickt. Nicht getroffen, dann wäre der Sonne bei dem Maul geflogen. Ich weiß, ich habe viel zu doll gekickt. Sorry, Alter. Aber komm, wir machen ihn jetzt ein bisschen vorsichtiger und dann bringen wir es irgendwie so hin. So schwierig, ist so komisch. Das Problem ist einfach an der Sache, man muss auf zwei Sachen gleichzeitig achten. Erstens, so wie ich ihn ziehe, dass er perfekt ist. Und zweitens, dass du einen perfekten Kick so schwer. Aber nicht unmöglich, deswegen machen wir es. Oh, passt, passt. Ich war drauf, Mann. Ich war drauf. Alter, wenn der, oh, Alter. Wenn der Nächste nicht ist, weiß ich auch nicht. Nein, nein, nein. Oh, nächster, komm, bitte. Es war toll. Es war zu doll. Fast. Ich bin euch ehrlich, das ist wirklich deutlich schwerer als gedacht. Wir müssen den jetzt hinbekommen. Ich bin fast ungeknickt. Ey, es ist anstrengender, als irgendeinen Banger zu versuchen. Könnt ihr jetzt schon mal in die Kommentare schreiben, wer schneller war, den geschafft zu haben. Weil ich glaube, Henry wird den schneller schaffen. Ich kriege es gerade nicht hin. Endlich. Boah, das fühlt sich an, als wäre es der krasseste Trick gerade, den ich gemacht habe seit Ewigkeit. Mega, sehr geil gemacht. Jetzt muss Henry den machen. Ich hoffe, der wird es schneller gehen. Erster Versuch von Henry. Ich habe das Gefühl, irgendwie, das wird so zwei, drei Versuche und dann hat er den, glaube ich. Boah, ich habe es so an. Oh, Mann, ich habe keine Ahnung. Nein, ich habe nicht getroffen. Er hätte einen Kickliss gemacht. Ah, ich weiß, ich erzähle schon jetzt, wo du ziehen möchtest. Ja. Ich muss weiter nach hinten, aber dann geht er. Okay. Boah. Ich habe unter sein Wheel gefasst. Ey, was war das denn? Deshalb wollte ich gerade den Kopfnippen machen, weil ich den Rennen habe, dass das genauso wird. Alter, ich hoffe, nächster ist. Ich glaube, jetzt ist der dritte Versuch. Alle guten Dinge sind drei. Boah, fuck. Das ist doch geil. Digga, wie schnell ging der denn? Warum kriegst du so schnell hin? Geil. Ey, sehr nice, richtig schnell. Aber eke, ne? Richtig freudig. Oh mein Gott. Ich würde sagen, wir versuchen noch einen einzigen. Ich habe erst überlegt, ob man vielleicht so ein Deckwrap Brightest machen kann, aber es geht wirklich nicht, weil beim Deckwrap Brightest musst du das Deck richtig in der Hand haben und dann nach oben schießen. Das geht mit dem Schuh nicht. Nicht wirklich. Und ohne Schuh das zu machen, dann sind deine Fingern, glaube ich, ab. Deswegen, hast du eine Idee? Was ist, wenn wir ein Make-up machen zum Heel Rewind und zwar Heel Rewind W? Ich habe das Gefühl, er wird ihn schaffen. Ich weiß es nicht, aber vielleicht, so Gott will, keine Ahnung. Oh. Man, tat gerade ein bisschen weh. Ich habe gerade gemerkt, mein Fuß, das hat gerade ein bisschen gegeben, aber ich versuche nochmal. Ich habe ihm fast wieder Keklis in die Fresse gegeben, Alter. Richtig knapp. Okay, keine Chance. Ich kriege es nicht hin. Henrik, willst du mal versuchen? Ich probiere mal mein Glück. Oh, ich bin nicht weh. Hey, der war... Aber fast vor a strike. Wir haben es hinbekommen. Ich sage es doch. Zu wild. Zu wild. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt in die Kommentare, was wir jetzt machen sollen. Ich würde sagen, Henry, willst du noch etwas sagen? Nein? Gut, peace, Leute.